Ich bin eher so die Fraktion Ballermann-Schlager, so dicke Titten-Kartoffelsalat. Atemlos, schwindelfrei. Hartexänge. Das war so gewollt und nicht gekonnt. Boah, bin ich enttäuscht. Das war so, wo ich dachte, irgendwas ist ja komisch. Wir haben sieben Schlager-Fans aus ganz Deutschland zusammengebracht. Stellt euch bitte mal kurz vor. Hallo, mein Name ist Jonathan, ich bin 29 Jahre alt und komme aus Karlsruhe. Und ich bin großer Helene-Fischer-Fan. Hallo, ich bin der Olaf, bin 48 Jahre alt, komme aus Berlin. Schlager begleitet mich schon seit der Kindheit. Hallo, ich bin Charlene, ich bin 28 Jahre alt, ich komme aus Brandenburg und für mich gehört Schlager zu jeder guten Feier dazu. Ich bin Sebastian, 32 Jahre alt, das ist mein Hund Muffin und wir hören zusammen nicht nur Schlager zum Einschlafen, sondern auch zum Tanzen. Ich bin Jana, 40 Jahre alt, komme aus Muttis Bauch und lebe Schlager. Ich bin Mandy, 27 Jahre alt und Schlager bedeutet für mich ein Tanz durch die Wohnung mit meiner kleinen Tochter. Hallo, ich bin die Trixi und ich bin 37 Jahre alt und komme aus Südbrandenburg, aus Finsterwalde und bin Schlager-Party-Fan. Was ihr bisher nicht wisst, eine oder einer von euch ist kein wahrer Schlager-Fan und tarrent sich. Ihr müsst jetzt herausfinden, wer der Maulwurf ist. Die übrig gebliebenen bekommen dann 150 Euro. Wir spielen insgesamt vier Runden und nach jeder Runde wählt ihr eine Person raus. Schafft es der Maulwurf unentdeckt zu bleiben, bekommt er am Ende die Kohle ganz für sich allein. Und schon Karten geholt für Helene? Fürs nächste Jahr, ja. In Karlsruhe? Nee, in München macht sie ja das große Konzert. So richtig Golden Circle? Na klar, wenn dann richtig. Ja, aber das kann man auch im Internet googeln. Du hast ja nicht, dass er Schlager-Fan ist. Du hast gesagt, du bist von klein auf an Schlager-Fan. Das letzte Konzert von Wolfgang Petry. Nee. Wolfgang Petry ist, finde ich, nicht so Extremschlager. Das war alles so ein bisschen später. Roland Kaiser, Howard Carpendale und sowas. So die Urschlager. Dein Lieblingssong von Roland Kaiser? Ich würde sagen, Schachmatt. Wer singt denn hier Schlager mit? Also man hört es ja nicht nur, man singt es ja auch, ne? Welchen Song wollt ihr dann hören? Dein Lieblingssong. So. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos schwindelfrei. Oder? Großes Kino. Für uns zwei. Shit, ja, der hat recht. Okay. Ja, ist aber jetzt auch keine Kunst, weil seit der Fußball-WM haben ja alle diesen Song gesungen. Ich singe nur Schlager mit, wenn ich wirklich auf Party bin und die Musik im Hintergrund höre und mitgrönen kann. Deswegen Schlager-Party-Fan. Ist dir das etwas peinlich sonst? Nicht peinlich, aber ich merke mir die Texte meistens nicht. Das machst du denn beruflich? Ich bin bei der Müllabfuhr. Ja, die hören Schlager. Was war euer letztes Konzert? Letztes? Ja. Helene Fischer auch. Ich war noch nie auf einem Konzert. Auf gar keinem. Warum nicht? Weil ich keine Zeit dafür habe. Also ich finde, dass Charlene, ne? Ja. Sehr ruhig ist. Na, was glaubt ihr? Wer ist hier der Maulwurf? Die Gruppe verlässt bitte Trixi. Das war sehr, sehr schade. Ich habe mich auch wirklich erschrocken. Vielleicht habe ich auch zu wenig erzählt, aber es waren ja auch viele Persönlichkeiten dabei, die sehr stark vorgeprescht sind. Ich denke, da bin ich nicht ganz zu Wort gekommen. Ich dachte, Trixi könnte uns gefährlich werden und die schmeißt mich am Ende raus. Stille Wasser sind tief. Hört ihr viel auch auf Arbeit oder so, wenn ihr die Möglichkeit habt? Ja, schon. Spotify. Hi. Was ist nochmal Kassette? Aber hattet ihr schon mal Situationen, wo jemand gesagt hat, dass es total unangenehm, dass du Schlager hörst? Total. Und wie habt ihr reagiert? Voll oft. War mir egal. Ich habe es einfach weiterlaufen lassen. Gerade im Auto, wenn die Leute bei mir mitfahren oder so, dann wird die Musik noch lauter aufgetreten. Und man singt. Ja genau. Man singt auch noch lauter mit. Charlene ist mir zu ruhig. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Ohne Schlager geht es bei mir überhaupt nicht. Zuhause ist immer eine Diskussion. Mein Freund ist jetzt nicht so Schlager-Fan. Was hört ihr? Eher so R'n'B. Ich wollte gerne mal wissen, wie du zum Schlager gekommen bist. Oh, ganz furchtbar. Ich habe früher mal beim Radio gearbeitet und habe Matthias Reim getroffen und bin dann kleben geblieben. An Matthias Reim. Kannst du sagen, bei welchem Sender du gearbeitet hast und wann das ungefähr war? Ja. Anfang der 2000er bei Hitradio SKW in Königs Wusterhausen. Bitte wo? So Sebastian, wie bist du denn zum Schlager gekommen? Ganz ehrlich, ich schreibe sogar eigene Texte. Sing mal einen Song von dir bitte. Und da muss man auch automatisch Schlager hören natürlich, um sich zu inspirieren, weil man selber auch gerne Schlagermusik macht. Kennt man denn einen von dir? Also wirklich einer? Nein, da ist noch nichts draußen. Ich warte erst, bis Helene Fischer richtig alt ist. Wir haben Gleichstand, das heißt wir müssen ein Stechen machen. Ich nenne euch jetzt die beiden Namen, die gleich viele Stimmen bekommen haben. Charlene und Olaf. Ich bin nicht enttäuscht. Tretet bitte nach vorne. Wer denkt, Charlene ist unser Maulwurf? Wer glaubt, Olaf ist unser Maulwurf? Olaf, du bist leider raus. Aber nehmen wir unser Müll noch mit. Ich tippe, dass es optisch so ein bisschen verwirrt manchmal. Dass es nicht so rüberkommt, weil ich halt nicht so ein knallbunter, lauter Typ bin, wo viele immer denken, das gehört so zur Schlagerszene. Bin sehr einer. Bin schon der am Tanzflächenrand, der mitschaukelt so. Aber ich grüll auch gerne mit dem Refrain. Der geht nicht. Ich möchte jetzt einen richtigen Schlagermove sehen von dir. Ich glaube, den wollen wir alle sehen. Cordula grün, ich hab dich, ich hab dich. Ja, ich hätte jetzt eher einen Foxtrall oder so erwartet, aber ich fand ihn sehr amüsant. Bei dir bin ich noch ganz schön skeptisch. Atemlos, schwindelfrei. Wenn man so ein Fan ist von Helene, dann kennt man gerade den Song in- und auswendig. Und ja, das war so, wo ich dachte, irgendwas ist da komisch. Das ist Kino für uns zwei. Das war so gewollt und nicht gekonnt. Wer war schon mal im ZDR Fernsehgarten? Sorry, aber ja. Ha, 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 ha. Warte, 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 kann ich stoppen. Wer war schon mal bei Immer wieder Sonntags? Immer wieder Sonntags kommt die Erinnerung. Du siehst zu brav aus. Was machst du beruflich? Ich arbeite in einem Elektrounternehmen. Nee, niemals. Ich bin ja immer wieder auf meinen Anzug drauf angesprochen worden. Wo es ja hieß, so total untypisch Schlager, so Bankassistentin. Manchmal trügt der Schein dann doch mehr. Wie bist du zum Schlager gekommen? Von klein auf an durch die ganze Familie mit meiner besten Freundin. Die Eltern haben von klein auf an immer den Schlager gespielt auf allen Partys. Komplett. Wir haben wieder ein Stechen. Oh, Mann. Oh. Diesmal treten bitte vor Charlene und Jonathan. Wer von euch denkt, dass Charlene unser Maulwurf ist? Und wer glaubt, dass Jonathan unser Maulwurf ist? Wir verabschieden uns von Charlene. Also ich glaub, es ist auch einmal, weil ich relativ ruhig war oder bin. Und ja, wenn man mich halt auch nicht so kennt, dann denkt man wahrscheinlich, ich bin eine sehr ruhige Person. Das hat ja dann wahrscheinlich die anderen dazu verleitet, weil ich jetzt nicht so viel preisgegeben habe zu sagen, dann ist es halt nicht. Charlene, die neben mir stand, die hatte ich die ganze Zeit irgendwie immer an Verdacht. Weil ich dachte, so junge Leute hört man selten. Ihr könnt jetzt entweder auflösen, wenn ihr denkt, dass der Maulwurf die Gruppe bereits verlassen hat. Oder ihr spielt weiter. Denkt aber daran, ihr müsst das Geld teilen. Ja, es macht natürlich Sinn, wenn wir noch eine Runde spielen. Also ich glaube immer noch, dass bei dir irgendwas nicht echt ist. Warum? Du kommst aus Karlsruhe, da hört man gar keine Musik und... Bitte? Bitte? Das sind doch nur Beamte, glaub ich. Ich bin Karlsruhe, so eine Beamte. Nein. Ich glaube auch, er ist der perfekte Schlagerfan. Bei dir hab ich echt ein paar Probleme. Ja, Jana, das hab ich mit dir aber auch. Weil ich nicht so ein Schwerer habe. Mit Jana hab ich das aber auch. Ja, aber du bist kunterbunt, du bist so ein Überdrum. Ja, ich finde bei Jana ist mir auch fein, dass das zu krass schlagt. Ich bin eher so die Fraktion Ballermannschlager. Dicke Ticken Kartoffelsalat. Sieht man ja schon mal auf dem Ballermann? 20, 25 Mal? Einer verlässt jetzt nochmal unser Set. Es ist Sebastian. Ich hatte es im Gespür. Ich hatte es im Gespür. Als ich rausgewirrt wurde, dachte ich so, ha, darf es mal einmal offen und gut drauf und fröhlich. Da denken alle, das ist doch gefankt. Das kann doch nicht echt sein. War ein trauriges Gefühl auch ein bisschen. Wenn das Set jetzt grün leuchtet, dann heißt es, der Maulwurf ist bereits rausgewählt und ihr drei wärt die Gewinner. Leuchtet das Licht rot, ist der Maulwurf immer noch unter euch. Was? Nein. Krass. Also Maulwurf, gib dich zu erkennen. Sorry. Das tut mir leid. Das ist nicht zu fassen. Ich war komplett weg und dachte so, ne, ist jetzt hier alles ein schlechter Film? Schon alleine die Klamottenauswahl war so typisch Lager und das Funkeln in den Augen, wenn der von Helene sprach. Nicht zu fassen. Also die beiden hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Zettel, dass die irgendwie nicht… Mein Glück war, dass Sebastian die ganze Zeit die Leading-Rolle gemacht hatte und in der Mitte war und ich war halt so außen. Und er hat sich halt meistens nach links gedreht und die Leute angesprochen oder die ruhigen Leute und ich mich. Das war einfach… Also eigentlich habe ich Sebastian zu verdanken. Sebastian danke nochmal. Dabei bist du so ein Schlager-Klischee. Du bist durch und durch. Na also ich hasse jetzt keinen Schlager unbedingt. Also eher so Sachen wie Dua Lipa, Pink bin ich ein großer Fan, Katy Perry, das ist eher so meine Musik. Mr. Karlsruhe hat sich seinen Sieg wirklich verdient und hat mit dem Geld schon große Pläne. Ja jetzt geht erstmal Kofiessen-Damm. Ich würde sagen, los geht's. Jonathan gönn dir.